Moin Mädels! Moin Jungs! Genau so sieht's aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sülze! Wir spielen heute Daddies am Tageslicht. Und ja, tatsächlich dritte Woche, drittes Glück. Bisher sind die Runden so verlaufen, ihr habt es ja auch gesehen, dass der Rüdiger ein ganz schön nicer Killer ist. Der wird jetzt aus irgendeinem Grund wieder Killer sein. Wir können ruhig ready machen. Und Perk, seht ihr jetzt gerade im Schaufenster, wollte ich schon fast sagen. Und ich habe noch mal ein bisschen angepasst. Hab tatsächlich jetzt eigentlich in den letzten Tagen hier und da mal ein bisschen Date by Date gespielt. Andere Spiele nehmen aber auch gerade sehr viel Zeit meines Lebens ein. Welches? Zum Beispiel Rust. Wer rusted, der rusted. Rustlos. Ja, ich bin rustlos. Aber schauen wir mal, was jetzt dabei rauskommt hier, Bruder. Mit dabei natürlich, wie gesagt, die Sülze, Gnu, als erstes diesmal. Hanno, Papo, stört sich. Ich würde heute dich einfach nicht mehr vom Haken holen. Ja, also Papo, du und ich, ich glaube, das war's. Das lief so gut im Stream. Was war denn diese rote Opfergabe da gerade? Das war ein richtig rotes Tuch. War das von mir, Digga? War das von mir? Habe ich mir, Moment mal, Digga. Habe ich mir, aus der Stelle, Michael Ayers. Ja, das ist, ja, so. Michael Ayers. Michael Ayers. Michael Ayers. Richtig nice's Küchenmesser. Das hätte ich auch gern für die Küche, bin ich ehrlich. Fürs Küchenmesser-Küchending. So, Protus-Brennanstalt, gestörten Abteilung. Oh, ist das Indoor? Nee, oder? Nee, nee, nee. Nee, das ist nicht Indoor. Das ist Mordor. Du bist wieder so ein Stalker, ne? Bist du wieder die Frau? Oh nein, bitte nicht. Nee. Oh nein. Die komische? Hanno, wir haben's beide gesehen, oder? Können wir bitte so tun, als wäre das nie passiert. Jetzt kommt das schon wieder. Hanno, bitte. Bitte, Hanno. Scheiße! Max, was bedeutet das eigentlich, wenn diese komischen Fangarme, um den Survivor unten in der Liste drumherum sind? Äh, dann ist der besessen. Der Killer ist besessen von diesem einen Survivor. Ah, okay. Du rennst hier schon wieder zick zack, Jasmin. Wir haben das geübt, Jasmin. Ja, okay, ich glaube nur trotzdem. Wir haben das geübt. Oh, okay. Ah, okay. Das stimmt, Digga. Was brüchtsen, Digga? Yo, Digga. Ich zieh. Zieh, zieh, zieh durch. Nee, der hat bestimmt wieder Barbecue und Chili dabei. Nein, das ist übel lame, wenn man das auf anderen Killer als Baba mitnimmt, ey. Voila. So, wer holt Gnu? Lass uns mal absprechen. Lass mal auf Teamwork setzen. Lass mal wirklich auf Teamwork setzen. Oh Mann! Ihr seid am Arsch. Okay, was macht Papu? Papu. Oh nein. Ah, daneben gestochen. Ah, ich hab mich verklickt. Nee, du Bruder. Ist bitter, Digga. Ah, ich hab... Oh! Los, Digga. Mann, ich hab dich gar nicht gesehen. Ach, du bist dieser Asin, der keinen Sound macht, ne? Ich kann keinen Sound machen, wenn ich will. Das ist ja so anstrengend, Bruder. Digga, nein. Ähm, er kommt genau auf euch alle zu. Ich liebe das. Ich wollte das nur irgendwann vielleicht mal als Warnung raushauen. Das ist precious und wundervoll. Bist du jetzt tot, Arne? Nein, nein, nein. Ich bin doch nicht tot. Ja, das mit Teamwork hat ganz gut geklappt, weil ich hab jetzt natürlich irgendjemand gerade beschützt. Da bist du was stört. Man sieht einfach nur, wie Papo einen abkriegt. Na ja, jetzt stört sich er schon hier. Aber wir können uns jetzt alle heilen. Wir können uns jetzt alle heilen. Der hat ihn gerade drauf. Lass mal schnell heilen. Digga, ich hab's drauf. Bleib stehen. Weil er hat jemand anderen am anderen Ding. Also wir verlieren Zeit, wenn du weiterläufst. So ist das. Er hättest ihn, glaub ich, weggeschmissen, oder? Er liegt auf dem Boden. Jetzt hängt er. Nee, das wird er einem nur so angezeigt. Ich hab dich gerade nicht gesehen, deswegen. Perfekt. Digga, crazy in love. So. Er hängt jetzt nicht in eure Richtung. Ah, er ist schon wieder hier bei mir. Jetzt wird das Messer erhoben. Das bedeutet, man wird dich loben und du bist ein dreckiger One-Hit. Dann bin ich jetzt wahrscheinlich gleich tot. Aber er läuft weg von mir. Er läuft weg von mir. Ich will, dass heute Chris so ein bisschen leidet. Oh, er sieht mich. Alles, Digga? Ich mein, normalerweise ist man bei der Bette ja auch nicht mit dem... Du wüsstest mich noch mit dem Killer in einem Voice, ne? Ja, deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Das muss man tatsächlich auch hier noch einmal herausarbeiten. Das ist letztliche Schwierigkeit. Dass ich trotz dessen nicht gewonnen habe letztes Mal. Ach, du hast doch gewonnen. Nein, das geht doch nicht. Wo ist er hin? Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh Mann. Oh Leute, ey, ihr habt voll die Nerven gewonnen. Wieso haben wir nicht durchgezogen? Weil ich ihn hole. Nein, doch nicht so instant, der liegt doch noch rum. Er hat ihn doch gerade aufhängen wollen. Ja, aber jetzt hängt er doch erst. Wir werden jetzt fast gut. Ich weiß, wo ihr seid. Ja, lauf lieber schnell. Laufi, laufi, laufi. Laufi, laufi. Laufi, laufi. So, kommst du straight mit. Ich laufe richtig schnell. Ich bin ab dem Shell. Ich tanke nur bei Shell. Hey, wo hängt er denn? Wo rennst du denn jetzt hin, Alter? Ich find dich nicht. Jetzt werd mal nicht frech hier. Ich bin gar nicht mehr drauf, Karne. Oh. Okay, eigentlich. Oh. Wieso sagt denn keiner, dass er Papu holt? Ja, meine Kinder sind in den Sinn drin. Hat sie doch gesagt. Ah, außerdem hört ihr mir nicht zu. Hört ihr irgendwie meine Frequenzen? Soll ich vielleicht so reden? Ah, Blu 9. Ja, bitte, ich rede auch wie so ein kleiner Drache. Das S in Silze steht für Kacke. Das ergibt voll Sinn. Kalle steht für cool, ja. Nee, für Qualität. Du hast nicht zugehört. Oh, Mann. Kalle, ey. Angenehm ruhig hier jetzt mal, ey. Wisst ihr, wo er ist? Hey, das gibt's doch nicht. Ey, wirklich, Hanno. Also ich hab's gar nicht gesagt. Was soll denn das? Jetzt warten sie wieder bis ich drübergehe und läuft so eklig langsam lang. Was passiert jetzt? Nee, er ist hinter mir, ja, oder? Hä, warum hab ich gerade so eine komische Anzeige bekommen? Ja, der hat gerade so ein One-Hit-Ding rausgehauen, Bruder. Ach so, das war sick. Nice one-Hit. Er hat jetzt Gnu gleich am Hacken. Wer holt sie? Wer holt sie? Keiner holt sie mich immer. Ich hol sie gleich, Bruder. Nice, hol sie direkt. Warum schreist du so laut? Nui. Nui, ja. Ja. So, wer holt sie? Niemand hat beim Generator verkackt. Dreimal das verraten mir als wahr, Max. Wer holt sie? Hol sie gleich. Okay. Niemand. Wie die anderen Male. Niemand. Nobody knows. Hehe. Schreibt mal in die Kommentare, ob das gerade eine coole Aktion war, was ich hier gemacht habe. Richtig cool geblieben ist der Kroschinski. So. Äh, no, 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 don't do it. Ja, aber lass mich kurz genug holen, sonst ist unfair. Ach klar, Digga. Ich bin ein Fair Player, Digga. Und jetzt schlä... Lachen Sie doch ab! Nein. Wieso bin ich immer ein One-Hit, Alter? Weil du ein Wunder bist, Digga. Oh, ich glaube, ich bin jetzt tot. Ich glaube, ich bin jetzt tot. Du bist ein Wunderbrun. Ich glaube, Stärzig habe ich nur noch einmal gesehen. Du bist ein Wunderbrun. Schreib mal in die Kommentare, ob Henno ein Camper ist. I wonder why. Yesterday is in the blue sky. Oh, Gänsel. Just a yellow tree. Ey! Ich habe drauf gedrückt. Auf diese Leertaste. Oh, wow, ein Wallhack-Kirk. Genau. Scamped. Das ist Scamped. Ach, du Schammer. Ich gucke euch jetzt zu. Ja, bei mir gibt es high-quality Gameplay zu sehen. Yo, Alter, du hängst ganz schön durch, Bruder. Space. Alter, rauchen macht unglücklich. Yo, ich rauche da nicht. Ich habe die nur im Maul. Alter, rauchen macht unglücklich. Geh jetzt zum Generator. Geh jetzt zum Generator. Nevermind. So. Warum? Oh, Kalle. Halt euch Bruders und Schwesters. Er stalkt gerade, ne? Er sieht dich stätzig, glaube ich. Yo. Yo, Christo, sitze an der Mauer. Kein Ding, Digga. Ich suche eh Kalle. Ich bin tot. Jasmin, Digga. Bruder? Schau mal da, hast du es gesehen, Charo? Was? Auf dem Boden. Auf dem Boden. Was ist auf dem Boden? Ach so, das ist er, ja. Merkst du auch. Das habe ich gesehen. Merkst du ja. Das ist eine Leiche, ne? Hä, ist Blu tot? Nein, Digga. Alles gut. Doch, ich bin tot. Nein, Blu ist noch saftig. Loft in Loft, Digga. Digga. Ach so, du, oh leu. Wir müssen noch einen Gen machen. Ich sehe niemanden arbeiten. Jo, Papo, ewig. Zieh dich. Äh! Scheiße. Voll abgestochen. Jetzt macht einen Gen. Oder rettet ihn. Gen, Digga. Gen, Digga. Keiner arbeitet. Jennifer, mach ich mal Gen. Wofür werdet ihr bezahlt? Geil, danke für die Info, Kalle. Vielleicht ist es ja auch nur ein Troll. Hat der Barbecue ein Chili? Ich muss kurz warten. Hey, Papo ist im Schrank. Im Haus. Hey, sag mal. Hey, mir reicht's. Ich glaube, es ist ein Bait. Wo ist Jasmine? Zita? Jackson Jones? Die Schwecki hat kein Bock mehr. Oh, da ist sie. Nein, bitte nicht. Hanno, hör auf mit deiner Blut. Du machst es in den Info. Du bist eh schon angehittet. So, jetzt wirst du abgestochen. Guck mal her, Jaschen. Ich steche dir jetzt mit deinem Bauch. Alter, ist so verwehrt. Oh, noch mal. Oh mein Gott. Hanno? Ist hier oben der Generator noch an? Hier war ja noch nie einer. Oh, ihr seid böse. Alter. Das wird es dir nicht geben, Alter. Ey, Kalle, du hast einfach keine Ahnung. Wenn er Wafi und Chili hat, muss ich im Schrank sein, wenn er wen aufhängt. Ja? Ja? Na, er hat nur gerade niemanden, den er aufhängen kann, ne? Oh, du bist... Manchmal wünschte ich mir, du würdest einfach tot umfallen. Okay, das ist... Okay, alles klar. Nicht die Folge gestern bei Papu, bitte. So. Jetzt habe ich es dir gegeben. Ja, ich weiß noch gar, was heute los ist. Heute schießt mir die ganze Zeit nur, ne? Also eigentlich nur ich. Also eigentlich... Warte mal, bin ich asozial? Hm? So, Lenny. Zeit mal, was du kannst. Ich kann nichts. Ja, ich merke. Ich kann nichts. Ich merke. Wenn ich Lenny jetzt am Haken habe... Oh, da ist Papu. Oh ja. Wo ist er nur hin? Popo. Danke, Papu, ey. Scheiße. Papu ist so ein Anti-Made, Alter. Schön. Schön. Okay, sag mir, wo er ist und ich überlebe. Rechts. Wart. Ah, danke. Gerne. Ich habe es mir anders überlegt. Jetzt, jetzt. Oh, jetzt hast du... Jetzt hast du... Oh, mein Gehnees. Oh, mein Gehnees. Oh, no. Schön abstechen. Oh, normal. Und schon, wie du den so wegschmeißt. Das ist nice. So einen nassen Lappen. Oh, das war nicht hier. Hm, ja, wo ist nur Papu hin? Wo, wo ist er nur hin? Oh, mein Gehnees. Oh, mein Gehnees. Hm, oh, mein Gehnees. Okay. Warte mal. Hier ist die Lupe, oder? Nur war die Lupe hier? Äh, die war... Alter. Es war doch Barbecue und Chili dabei, wa? Nein. Du hast es mal gemeint. Der hat es ja auch. Junge, ich habe deine Kratzspuren gesehen. War aber einen fertigen Senn. Halt den nicht. Töte ihn. Töte ihn schnell. Der ist gleich herausgewunden. Noch nicht, Mann. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Oh, zitter nicht so. Stich ihn ab. Lass mich einmal laufen. Such den Schrank schnell. Oh, mein Gott. Der Plan ist aufgegangen. Ja, hat Spaß nochmal. Ja, gleich noch eine Runde. Fix bereit machen hier und abfahren. Dass ich der Erste bin, der stört mich, ist natürlich unglücklich. Oder der Zweite? Ich weiß gar nicht. Ja, gut. Dann mache ich eine Ausnahme bei dir. Nee, muss nicht. Ich will keine Sonderbehandlung. Will ich nicht. Lass doch mal Handy-Killer spielen, Max. Komm zu uns. Nein. Der spielt jetzt nochmal Killer. Ich muss das jetzt hier wissen. Nein, Rüdiger ist Killer. Nein. Weiter. Ich habe Ready gemacht. Cool. Das lädt ja auch schon. Das lädt ja auch schon. Dann gibt es bei Kalle ja sogar doppelte Power. Das ist ja richtig cool. Alter, cool. Doppelte Power? Was heißt denn das? Ja, zwei Folgen in eine quasi. Verstehst du, wie ich meine... Nein, das sind nur zwei Runden in einer Folge. Du bist einfach ein bisschen dumm. Du hast deinen Ausweis mitgebracht. Ich habe meinen Ausweis mitgebracht. Ich bin Reporter. Hallo. Ich habe jetzt keinen Perk dabei. Alter, das ist doch hier. Schmatze, Digga. Oh, normal. Jetzt wird die aber geschnattert. Jetzt wird sie aber würzig langsam. Ja, genug. Kannst du auch mal rülpsen? Ich rülps sehr viel. Ich kann aber auch laut pupsen, wenn ihr wollt. Mach mal. Gerne. Aber dann schlägt man... Okay, wenn ich pupsen muss, mache ich es. Oh nein, wo sind wir hier denn? Untergrundkomplex. Oh, ich hasse das hier so sehr. Ich auch. Ich war hier noch nie. Doch. Das war halt die Folge, wo ich gekämmt habe. Ja, das war die Arme. Welche davon? Ach, stimmt. Ach, das ist hier... Ach so, Hawkins ist der von Dead by Daylight, ne? Äh, Stranger Things. Ja, genau. Dead by Daylight, ich finde es so dumm. Dead by Cocklight. Ey! Auf jeden Fall Ghostface. Der hat sein Geistergesicht ausgepackt und wartet jetzt auf den Moment, wo er zuschlagen kann. Scherz, scherz, scherz. Scherz, scherz, scherz. Mal gucken, ob er campt. Ich glaube, ich soll ihm das heißen. Oh, ich höre ihn geflüstern. Ja, der flüstert niemand. Der flüstert nicht. Moin. Oh mein Gott. Ach, du bist schon wieder so einer, der keine Geräusche macht. Mann, du bist so groß. Man spielt nur die, mit den anderen kann er nichts. Du spielst nur die, die asozial sind. Wenigstens camp ich nicht. Noch nicht. Wo bist du hingerannt? Ach, hier ist die Spur. In den Raum. Warte mal. Hä? Bist du hier oben? Höh? Ja, lass schnell den Generator machen. Check es. Ich bin gerade in ein Loch geplumpst. Hä, kann ich diese Türen nicht öffnen? Das ist eine Sackgasse. Hä, aber wie bist du denn gekommen, Digga? Komm mit. Danke, Knu. Wie wir die ganzen Poren hier einatmen. Wisst ihr, wo er ist? Nee. Es ist auch wieder silent, glaube ich. Meinst du Sporen? Yeah. Ich habe Poren verstanden. Wo bist du jetzt? Kann jemand Lenny heilen? Ja. Ja, Digga. Aber, ja. Komm mit. Nice, ein Stein. Harry Potter und ein Stein. Oh, du warst. Papo! Das ist ja nicht so gut gelaufen. Abo bricht jedes Mal noch den Leuten zusätzlich was. Ja, ich stecke den auch noch mein Messer rein. Genauso. Hey, du hast nicht genug gelitten heute. Ist das der Killer? Das ist jetzt richtig scheiße. Ist das der Killer? Aui! Oh Gott! Kommt gerne her. Kommt ihr Papa. Kommt ihr Papa. Oh mein Gott. Ich schliebte. Eieieiei. Das tut mir leid, Leute. Ich wusste nicht, dass ihr da in der Ecke chillt. Bist du hier oben in der Sackgasse? Bist du hier gerade nach hinten gelaufen? Ja, ne? Ja, warte. Ich kann dich heilen. Nice. Nice, 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 Bruder. So oder so, hätte ich keine Chance gehabt. Ich nehme an, Gnu ist die ganze Zeit richtig am Genraiden, oder? Genraiden, oder? Warum ist er auf der Treppe ein Haken? Habe ich da hingetan. Das nennt man ein Treppenhaken. Blöder Pflug, Mann. Ah. Okay. Danke, Bruder. Oh scheiße, ich habe voll spendgeschnallt, dass du es bist. Ich bin nicht so hässlich wie der. Wie kommen wir zu? Kann ich jetzt so hacken wollen, oder? Ich geh zum Haken, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt, Bruder? Ich bin direkt an einer Treppe, Leute. Komm doch runter. Nicht da oben rumklettern am Gatter. Lass mich nicht im Kreis rennen. Ich bin schneller als du. Okay, dann gib mir noch einmal die Chance, es nicht zu tun. So, dann hebe ich dich mal auf. Oh, sie ist in der Nähe. Wisst ihr, wenn du meinen Geld kaputt machst, ist es wie erst wenn ein Lehrer über meine Arbeit pissen würde. Jo, zu. Fällt ich gerade schon wieder auf, ich habe ein Item vergessen. Oh, ich liebe Pissen, das macht mir auch richtig Spaß. Schon wieder vergessen, ein Item einzupacken. Warum schreit die so laut? Ja, weil das war unvorbereitet. Danke, Diggy. Gerne, Bruder. Hier ist der Keller. Schön über dem Herd aufgehauen. Süß, da sind ja kleine Ratten drin im Baumstamm. Ist ja süß. Oh, wie die da rumluten. Sweet, Digga. Sweet, ass. Oh, dann gehen sie immer wieder rein, die kleinen Süßen. Oh, ich weiß nicht, wie ich jetzt zu Gnu komme. Letztlich, gehst du zu Gnu oder geh ich zu Gnu? Ach, lass mich hängen, ist schon in Ordnung. Nein, keine Freunde werden zurückgelassen. Ist in Ordnung, holt mich nicht. Ich komme darauf klar. Komm her, Schnuckel. Schön unter meinen nassen Achsen. Hallo, Kalle. Alter, Alter. Die ganze Familie ist hier. Alter. Mann, du, mit deinen Müllkillern immer. Wir freuen, wie ihr alle vier da seid. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Doch. Nein. Doch, es waren alle vier. Nein. Du hast sie nur nicht gesehen. Nein, nein, wir sind nicht alle. Nein. Das ist eine saftige Lüge. Massage mich. Oh mein Gott. Wart mal, hier ist eine Sackgasse? Oh, was tut ihr? Hallo. Der Zeichen Ufa. Kann einer von euch zu mir kommen? Das wäre geil. Nice. Und weg hier. Hallo. Hallo. Okay, bleib stehen. Das ist okay, weißt du, ich war noch nicht am Haken. Ich will auch mal hängen. Bleib stehen. Bleib stehen. Er hat doch gerade ein paar Problem. Bleib doch stehen, mein Gott. Er kämmt jetzt. Er kämmt. Er kämmt die ganze Zeit. Er ist jetzt, er ist kurz weg, aber er ist bestimmt noch da. Er kämmt bestimmt. Kuckuck. Hallo, Jasmin. Nein, lass mich bitte. Okay. Dann dreh ich um. Einfach dieser Killer mit einem Messer dann. Okay. Okay, tschüss. Ich demnieden mag. Kann einer Papu holen? Ich kann es wirklich gerade nicht. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz. Lass uns ein Foto machen. Nein. Nein. Bitte, hau an. Lass uns ein Foto machen. Willst du mich gleich heilen? Gleich heilen, gleich heilen. Hingst du schon zweimal? Ja. Ja, aber ihr habt halt auch schon zweimal. Ja, dann ist doch easy. Nichts easy. Doch, doch. Alles cool dann. So. Nicht sterben, Gnu. Nein, ist schon hart. Müssen auch noch ein paar Generators machen, ne? Nee, das machen wir nicht. In dem Sinne, Digga. Weigern und das Spiel nicht mehr spielen. Oder? Ja, eine gute Lösung. Der holt Gnu? Ja, ja. Mach ich. Ja, verarsch dich, Digga. Kacke. Oh, ich hab so gehofft, dass du mich nicht gesehen hast am Ende des Ganges. Lenny, wie oft linkst du denn schon, Lenny? Oh, ich glaub, tatsächlich nicht gut. Oh nein, du bist tot. Das ist nicht gut. Ich weiß, wo ihr seid, Sonne, Mond und Sterne. Lenny ist tot, ihr Schweine. Oh, hier ist eine Sackgasse. Sack und Gasse. Er hat Sack gesagt. Einfach so. Hier ist er. Hier ist er. Scheide! Papu, 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 papu. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aber los hier. Jetzt geht's aber, das ist aber gar nicht gut. Oh, gleich. Stürbst du vielleicht. Oh nein. Alter, das Gelaber ist einfach insane, Digga. Aber jetzt hast du ja keinen Haken mehr. Ach, wait. Doch, da ist noch einer. Oh nein. Ich bin schon tot. Der Zeg ist schon tot. Kalle Kolumna. Kalle Kolumna. Saftig, saftig. Oh. Oh, hallo. Nein, das geht ja nicht. Oh, ohne Spaß. Hallo, hallo, hallo. Komm her, nicht so ekel. Hallo, hallo. Nein, bitte lass mich einfach ins Rieben. Ich möchte dich helfen. Resmin, ich komm auch hoch. Nein. Hallo. So. Ja, ich komm wieder. Ein Ei, eine Evo. Kannst du ein bisschen mehr Öl benutzen, bitte? Klar. Wir lassen mal gehen, oder? Klar. Schlitz. War jetzt, wo ist hier noch ein Jenny? Bitte nicht, Hanno. Wo ist Jenny? Bitte. Komm an den Haken. Jenny. Nein, bitte, Hanno. Bitte, Hanno. Bist du jetzt tot? Oh, no. Ja, er weiß jetzt auch wieder, wo wir sind. Er hat nämlich Chili dabei. Nein, das habe ich nicht, Alter. Er hat immer den einzigen Perk, den du kennst. Er hat Chili-Bambussuppe dabei, Digga. Bambussuppe ist auch geil. Bin ich ehrlich, schmeckt. Man hat Luft. Die Frage ist, ist er jetzt wieder unhörbar oder nicht? Das weiß man nie so ganz genau. Ach, der ist schon fertig. Hallo, Max. Gut, dann trete ich das mal durch. Du kommst da ja nicht weg, ne? Ja, doch. Ich komme hier weg. Das ist schon dein letztes Mal. Du hast eben schon gestruggelt, ne? Ja, ich habe schon gestruggelt. Oh, no. Such einfach die Luke, Kalle. Scheiße, Digga. Die Luke, wo ist Luke Skywalker? Boah, ey, alle in den Bauch. Von vorn, von hinten. Boah, ey, alle in den Bauch. Alle in den Bauch. So, Hanno. Nur noch wir beide, ne? Ne? Wie letzte Woche. Grand Final, Digga. Wie letzte Woche. Du bist gleich ein Pie-Bei-Mai. Voll gut, Kalle. Du bist die erste Folge zum ersten Mal gestorben und jetzt stürfst du nicht. Ey, ich bin... Ja, ja. Ich glaube, wer weiß. Nein, Piep einmal. Piep. Piep, 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 piep. Kalt, kalt, gelter. Ich finde halt diese Indoor-Sachen immer sehr, sehr suspekt. Ja. Ja, aber... Oh nein, auch mehr. Das ist nicht saubartig, Digga. Warte mal kurz. Lass uns ein Spiel spielen. Gut. Einmal aber reinschneiden. Aua. Okay, ähm. Kann man hier irgendwas Cooles machen? Warte mal. Warte mal gucken. Ja, ja, ich komm mit, Digga. Lass mal gucken, ob es hier was Cooles gibt irgendwo. Ja, du kannst dich heilen. Stimmt. Ja, warum kannst du scheinen, Boss? Weil ich bin Clodet. Alter, voll gegen die Wand gehalten. Aui. Alter, du machst den Spinning süßen Beyblade, Max. Ne, ne, ne. Oh Mann, ich verkackst immer hier. Ich bin auch schon nervös. Ja, 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 ja. Ja, komm, stich mich ab, jetzt reicht. Oh, okay, dann lässt er sich nicht bitten. Oh, so. Alter, nicht T-backen. Nicht T-backen. Das ist unfair. Jetzt musst du wiggeln. Wiggel, wiggel, wiggel. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Wiggeltisch. Bring mich mal zur Luke. Ich werde das überleben. Freidung nicht, du laut. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Uuuuh. Strip. Strip. Boah. Ja, gut, das war es dann auch wieder komplett, ne? Das war es wirklich komplett. Ja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Sülze für euch in dieser Woche. Schreibt mir in die Kommentare, was Sülze heißt, Digga. Schreibt mir in die Kommentare. Sülze. Gnur hat das letzte Wort, wie immer. Ich hab... Äh, ich hab euch alle lieb. Ehre in den Arsch. Ich hab was mit Sülze. Ja, ja, ja. Ja, ja, Walla, Achmed Sülze. Ja, Walla, Achmed Sülze. Tschüssikowski, schau. Tschüss, Digga. Gnur hat's drauf. Tschüssikowski, schau. вол browse. Ja, ja. Ja, ja, ja. Tschüssikowski, schau.